Hallo, ich grüße euch zu einer weiteren Party, The Forest. Ich bin hier gerade mit meinem Floß eigentlich auch kein Heimweg, aber da dachte ich, ich mache mal hier wieder so einen Zwischenstopp. Moment, ist blöde, dass man von der Seite nicht wirklich viel sieht auf diesem Floß. Ich dachte auf jeden Fall, ich mache mal hier einen Zwischenstopp. Hier bei diesem großen Anker, der hier im Wasser liegt, und gehe hier mal wieder, die Insel ein bisschen begutachten. Das ist zwar recht nah bei mir, aber okay. Moment, wir drehen. So, Floß, schön, sehr gut. Schauen, was wir hier noch haben. Stein wollte ich nicht. Pott, na gut. Nichts nehmen, auch kein Speicherpunkt. Schwimmreifen. Schade, dass man das hier nicht als Deko mitnehmen kann. Ich würde es gerne bei mir in der Bude aufhängen. Und ich muss jetzt mehr auf so... Was ist das denn hier? Und dass ich jemand Marshmallows gemacht habe. Tatsächlich. Ich muss mal mehr darauf achten. Ich müsste den bis nach Hause schieben, aber ich kann ihn mehr wohin legen. Schade. Und was ist hier der Anker? Und ich muss mehr auf so komische Felsen achten. Das hatte ich ja letztens herausgefunden, dass es da tatsächlich so Felsen zum Sprengen gibt mit Dynamit. Aber ich habe jetzt gar kein Dynamit mehr dabei, ne? Schöne. Aber gucken wir mal. Schade, dass man hier nichts mitnehmen kann. Rucksack kann ich auch nicht öffnen. Mal schauen. Okay, warum haben die Leute hier gezeltet? Wegen dem Anker? Oder verbergt sich hier irgendwo wieder eine Höhle? Weil die sind ja des Öfteren da. Wo die Leute... Wo die Lager sind. Die kleinen Dörfchen. Da befinden sich oft in der Nähe versteckte Höhlen. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Und ich glaube, ich muss wieder ein bisschen Futter jagen. Hallo. Ja, Mann. Was klimpert. Ein Windspiel versteckt. Was haben wir denn hier schon? Hier ist ja schon eine Höhle. Oder kannte ich die schon? Moment. Anscheinend kenne ich die schon. Welche Höhle ist denn das? Das wird jedenfalls keine Notiz. Dann haben wir was zu essen. Wir gehen mal rein. Aber ich habe kein Dynamit dabei. Das ist blöde. Vielleicht finden wir ja unten ein bisschen Dynamit. Dann wollen wir jetzt hier auch irgendwie einen Zugang finden, den wir einstellen können. Was schlimmst du denn da? So, wo sind wir denn hier? Ich habe hier noch eine neue Notiz geschrieben, dass ich jemanden gefunden habe, irgendein Passagier. Wobei, der sieht ja schon eher aus wie einer von der, 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 na, wie heißt der, ne? Der ist das? Der Pilot. Der Pilot. Der Pilot. Ich kam nicht auf das Wort Pilot. Was haben wir hier? Okay. Sieht auch sehr lecker aus. Oh. Oh. Moment. Ich war hier noch nicht. War ich noch nicht in dieser Höhle? Ich habe ein neues Bild. Weihnachtsbäume. Super. Super. Das war doch irgendwo gezeichnet worden mit Kreuzen, ne? Jawohl. Wieso war ich hier noch nicht? Ich habe eine neue Höhle. Jawohl. Gibt es auch irgendwas an Dynamit noch, bevor ich da jetzt... Ey. Ich habe hier nicht einen auf Lust da. Was haben wir hier noch? Stöckchen. Super. Uh. Kneter ohne Hände. Hier haben sie Passagierplatz. Läuft hier jemand rum? Das dürfte aber eigentlich nicht. So viel Knete hier. Ey. Was sind denn da für Schritte hier? Oh. Noch ein Spielzeugteil. Die Schritte machen mir Angst. Ist das hier was zum Sprengen? Das macht mich total nervös, sag ich euch. Und hier dürfte niemand sein. Hier dürfte niemand sein. Gar niemand. Der alte Mann macht sich in die Buchs. Glaubt man nicht. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da für eine Kiste? Oh. 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 So eine große Kiste. Ah. Wupp, 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 wupp. Stoff. Und in dieser Menge Stoff. Boah ey, was ist denn hier los? Und da sind wir gekommen, aber hier geht's auch noch weiter, ne? Ach du Scheiße. Ich gehe jetzt überall noch weiter, in alle Richtungen. Ich sehe da sowas, nicht alleine spielen abends. Na so eine Schissbuch, ich habe früher Resident Evil, da habe ich mal einen Ton ausgemacht. Die ersten beiden Resident Evil Teile. Da habe ich mir da echt nie eine Buchs gemacht abends, wenn ich alleine die unten gespielt habe. Oh, oh, was erwartet uns? Ich brauche nicht, ich brauche nicht. Macht ihr nicht so eine Scheiße mit mir? Das ist jede Menge Staub, also vielleicht sollte ich mir einfach noch eine Fackel machen, eine Fette. Komm, wir machen mal eine Fackel. Geht das irgendwie? Was haben wir denn sonst noch? Eine brennende Waffe, eine Mohnung, Schaden, Geschwindigkeit, Schaden, bla bla bla. Bla bla bla. Okay. Es werde nicht für sechs Sekunden wieder. Wie kann man den Stoff schneller um die Axt rücken? Okay, dass man jedes Mal ins Menü wieder rein muss. Geht das irgendwie? Oh, hier geht es tiefer. Oh, oh. Haben wir hier? Oh, jawoll. Romsches Gebilde. Alk. Ich hasse die Sorge. Ich sag's euch. Ich glaube, mit Gegner kann ich heute echt nicht spielen. Klamotten brauchen wir auch nicht. Hier ist noch was. Da hinten wird ein Seil versteht. Dynamit wäre schön, Leute. Dynamit. Herz-Sammlung. Sehr schön. Aber wir können ja nicht mitnehmen, die Herzen. Ganz viele Herzen. Niemand war einen Dienstag gefeiert. Bergarbeiterhelm. Herz. Na gut, wo war das Loch? Da sind wir jetzt schon. Gehen wir runter. Wenigstens sind hier keine Schritte. Bisher. Geht ja noch tiefer. Schwenkst die Wand dann. Wir haben gerade drei Uhr morgens. Der alte Mann sitzt alleine in seine Zimmerchen. Und. Wo ist es denn? Na eben her. Am anderen PC rendert schon wieder ein weiterer Part. Was ich nicht vorher gedreht hatte. Voll die Fließbandarbeit hier. Na. Ist doch alles blöde. Wo ist es denn? Dann machen wir ein Licht. Schön. ich habe die taucher ausrüstung ich kack ab wie lange habe ich danach gesucht ich gehe das erste mal tauchen wir gehen schwimmen wie geht das denn dann muss ich die anlegen oder ich werde gleich rausfinden die sicht ist aber nicht prickelnd warum ist die sicht immer gut und scharf kommander kriege als auch ich weiß dass kommander krieger tauchen wir überhaupt nicht und das alles mal sehr beklemmend habe platzangst und der fröste oder oder so dann können wir uns ein feuerchen machen wir mal wir machen wir uns ein feuerchen das nix das sieht auch aus wirken das ganze land und wechselt ja auch Snacks. In letzter Zeit passiert das immer wieder, dass ich irgendwie, das wäre jetzt nicht schlecht, das wäre jetzt nicht schlecht und dann schlägt es jetzt. Und ich hab wieder nicht auf die Uhr gekocht. Ich sag mal 10 Minuten hab ich jetzt gemacht, also machen wir noch 10 Minuten. Ich guck immer, dass die so 20, 25 Minuten sind, die Parts. Nicht zu lang. Guck sich eh kaum jemand an. Ich hatte heute schon drei Parts gedreht. So, wir sind wieder aufgeheizt und wir gehen weiter tauchen. Bisschen schneller. Was sagt man auch immer so ernst? Gibt es da irgendwelches unbeheuerliches, irgendwelche gruseligen Viecher hier unter Wasser? Ich wusste es gar nicht. Ich will es ja eh nicht erkennen. Oh! Gehen wir hier bei Alien. Oh, ich muss mal eben gucken. Ähm, wir müssen jetzt die Taufe ausrüstern. Guck mal, wie der... Da fehlen jetzt noch ein Bein und Arme. Dann spült es euch komplett. Das sieht doch aus, was das ist. Okay. Okay. Die Flaschen sind da. Okay, dann kann ich jetzt auch eine neue nehmen. Dann kann ich es ja auch so 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 nehmen. Wenn das passiert... ...komm Leute. Dies gut. Na, hier haben schon ein paar gekämpft. Okay. Äh, ja. Ich glaube da ist der richtige Platz so ein Feierchen zu machen. Gibt es hier schon eine Feuerstelle, da muss ich mich wieder angebauen. Hallo? Oh, wie lange Zeichnen. Ich sehe nichts. Okay. Ja, sehr hübsch. Wunderschöne Zeichnen. Können wir nichts nehmen. Gar nichts. Keine Feuerschöne da. Das ist mein offenes Zelt. Wunderbar. Ja, jawoll. Also wir bauen eine Feuerstelle. Das machen wir hier bei den Archäologen. Oder was sie sind. Oder Gotteskrieger. Whatever. Habe ich denn überhaupt noch? Wo ist es? Habe ich noch eine Schlitzel dabei? Nein, nicht da lang. So, was haben wir denn hier? Da hocken sie mir wieder. Hier ist Bibelverkäufer oder so. Hier runtertauchen. Ich glaube, hier ist sonst auch nichts. Was ist das? Ach, die Pistrorenkrieg. Alle, alle. Alles, alle. Alle. Oh, ne Bühne. Okay. Ich steck ein, ja. Die verteilen wir jetzt in jeder Bruder. Ja. Noch einer. Könnte ich alle nehmen. Also als Deko. Ich bin gerade total fasziniert hier. Oh, wieder. Oh, hier ist eine Feuerstelle. Ich habe noch eine Axt gefunden. Was ist denn das für eine Axt? Ach, so eine kleine. Cool. Jawohl, jetzt wird's. So, das war's hier, ne? Und hier kann man nichts machen, weiß ich, ne? Können wir hier irgendwo gegen klopfen? Klopfen. Nein, kann man nicht. Da sind wir gekommen. Und hier gehen wir bei. Ja, mal gucken. Oh, es gibt so eine Kiefer. Oh, was ist das? Boah, ich hoffe, ich finde mich ganz wichtig. Geil. Jetzt ist es schon mal. Und scheint. Genau. Sorry, wenn ich gar nicht ganz so viele sagen kann. Ich bin gerade total geflasht hier. Und angespannt. Warum auch immer. Ich bin happy, dass er irgendwie Taucherausrüstung gefunden hat. Ich werde also jetzt auch die anderen Höhlen endlich erkranken können. Okay. 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 Da ist es schon lange da. So, da ist das. Wunderbar. Waren wir schon. Weiter getauchen. Wir machen mal eben hier frösteln. Also wir wärmen uns auf. In der Zeit trink ich mir noch nicht was. Ich bin gerade ein bisschen heiser. Jawoll Leute. So, frisch ans Werk. Nächste Höhle. Ist aber auch riesig alles. Die Insel selber finde ich gar nicht so. Man ist da so zu Fuß echt schnell drüber. Aber sowas hier noch unter ehrlich alles gibt. Ist schon heftig viel. Soll ich hier auch mal genau. Hallo, was ist hier? Was ist jetzt klar? Hallo? Äh, nicht. Doch hier. Was ist denn? Boah. Im Leben nicht. Also immer alle Achtung vor den echten Höhletampen und so weiter. Was ist denn los? Äh. Was ist das denn? Hä? What the fuck? Ich hab ja doch überhaupt nicht gesehen. Aber ich war doch schon mal hier an dem See. Oder nicht. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Da bin ich. Ich bin blöd, dass man dich besser irgendwie kennzeichnen kann. Wo machen wir Feuer? Wo ist hier? Wo ist hier? Und die Zelte? Wo sind wir keine Krokodile? Wir machen uns mal ein Feuer. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Was machen wir hier drauf? Wo sind die Krokodile nicht so schnell hin? Wenn hier welche sind. Wo sind die Krokodile? Wo sind die Krokodile? Boah. Wo sind die Krokodile? Ich habe Hunger. Ich glaube der Part ist jetzt sowieso durch so langsam, ne? Die Gänse hier. Und sie fliegen. Oh. Oh, die fliegen auf die Kälte zu. Die sollten eher Richtung Süden, ne? was habe ich denn jetzt an Tieren alles entdeckt schon wo sind die alle Viecher Tiere oh ja, da, das war dann die Kanada-Gans die habe ich alles entdeckt Waschbär der fehlt mir immer noch und der weiße Hai aber ich weiß nicht, ob ich auf den weißen Hai treffen möchte äh, hörst du das mal auf der ersten Seite nicht? ach, da kann man ja eigentlich stimmen blöd cool, das heißt, es fehlen mir eigentlich nur noch zwei Tiere an Pflanzen ich habe mich mit Pflanzen nie groß befasst oh, da fehlen noch ein paar mehr ich weiß nicht, ob ich da drüber stolper irgendwann äh, finde Timmy heraufzuklettern finde einen Weg in den Kessel finde vermisst was er wäre erkunde Höhlen auf Höchstverschauen erkunde Wasserfallhöhle finde ich ja jetzt besser das werde ich nämlich jetzt im nächsten Part machen die anderen Höhlen die werde ich mal durchtauchen so, was wollte ich noch gucken hier werden wir nachher wieder aufhängen die Fotos können wir leider nicht aufhängen alte Fotos 3 von 8 7 von so, die haben irgendwie ach so ist das geteilt okay Höhenkarte Passagierliste was haben wir jetzt? 28 von 43 so, dann fehlen ja noch 15 ne? so, dann haben wir jetzt die andere Axt noch was sieht denn aus? oh, also ein Handwerk zu größer den muss ich noch mal auffüllen kombinieren womit kann man den denn kombinieren? da müssen wir erstmal aber ich will jetzt hier sowieso Schluss machen an dem Platz ich glaube, wir sollten mal nicht trinken, oder? das sieht nicht so sauber aus wir trinken einfach mal was war das jetzt? er hat mich, äh, gesagt hm das ist nicht ich möchte das jetzt trinken ah, jetzt kommt, äh, okay na gut ich beende mal an dieser Stelle jedenfalls ähm war eine spannende Nummer für mich gerade und von daher lassen wir uns mal überraschen was im nächsten Part noch so zu entdecken gibt es so zu entdecken gibt in den anderen Höhen jetzt wo ich tauschen kann ja kann ich auch in den Kessel vielleicht da jetzt in die Höhe rein ne in die tiefer mache ich okay bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao